Servus und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir das Galaktik-Hauptquartier angefangen zu stürmen. Und wir haben den Galaktik-Schlüssel. Also wenn du zur Ansprache von Meister Zyrus möchtest, oder was bleibt, du musst ins Gebäude von den Galaktik-Geschneide. So viel weiß ich noch. Ja, partiert die Tür neben der Anmeldung. So warst du, oder? Äh, was ist dem Schlüssel? Ja, was ist denn? Was ist denn? Wo ist der nur? Ich bin sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Das glaubst du aber auch nur du. Da räume ich einfach mit ein paar Drachen-Clown auf. Rambor-Shirt-Zonen. Alter! Wir haben zwei Step-Moves und zwei Nicht-Step-Moves drauf. Knacks erreicht der 41. Doch bevor diese Gründe schauen kann, ist er weggesballert. Was denn? Es gibt gebratene Kröte, was nicht schmeckt und auch sehr giftig sein soll. Ich wünsche, es wäre nie geschehen. Tja, wünsche ich mir bei vielen, aber das ist ein anderes Thema. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Tja. Bis zu Jungen zu verstehen, wie sich die Zeiten ändern. Tritt zur Seite und sieht zu, wie die Zingadaktik die Zukunft gestalten wird. Ja, also auf Reset setzen, oder was? Ich habe fünf Pokémon und entern, die das anders sehen. Jawohl, erstmal Blade-Testing reinran. Wenn schon, dann machen wir es richtig. Beflett-Testing ist der Visa-Tacke. Ich weiß nicht, alleine den Kaffeelauf richtig zu lesen und deine Kraft zu Hause dem Umfang zu bergen. Tja. Weil ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Da. Ah, mein Ringling! Jetzt riecht für mich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Hab ja nur ein Großteil deiner Leute von der Kollegen-Kanaus geschaltet. Und du mit deinem Flügelchen bist der Nächste. Mag zwar eine gesteppte Gewissheit haben, aber hey, Schockwelle regelt. Magnete erhöht nämlich in 10%, das ist in 66, davon die Hälfte ist in 33. Diesmal eben eine Stärke von 99. Und das mit Schwäche, das ist One-Hit-K.O. Da kann selbst ein parallelistisches Aquatum eine Menge regeln. Das war der Geruch meines Pokémons! Tja, warum muss der sich auch nicht Dinktieren auf der Grenze bringen? Es weiß doch jeder, dass man mit Dinktieren vorsichtig sein soll. Das kriegt man schon als Kind beigebracht. Hm. Und hier erstmal die TM Frustration passt. Müsst ihr noch Fluchtseile haben? So, das heißt dann drücken wir jetzt mal eben kurz ganz schnell aufs Gas. Ich muss A Hyperheiler kaufen. B. Ich muss mir mein Team komplett hochhalen. Und C, das machen wir jetzt alles sofort. Wenn ich nach so vielen Kämpfen und einem paralysierten Aquana, womit auf lange Zeit nicht zu spaßen ist. Somit haben wir es für einen guten Bohr an der Parts geschafft, die ganze linke Hälfte mal hops zu nehmen. 600 kostet mich im Künferheiler und ich habe... So, dann machen wir nämlich jetzt gleich mit der... Der Kerl interessiert mich jetzt nicht. Mit der Operation wir legen Team Magma Lahm aus. Äh, nicht Team Magma, Team Galaktik Lahm. Team Magma ist ja dritte Generation, aber die werden wir auch nochmal Lahm legen. Das sind ja nicht einmal richtige Gelappen. Die Bestellung für uns mit der Alte bist, kannst du gerne mitmachen. Team Galaktik forscht Tag und Nacht, wir konzentrieren uns auf neunartige Energieressourcen. Wir Team Galaktik werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. So, ist die Person am Schalter, die ist relativ uninteressant. So, werden das eben zwei Einzelkämpfe. Macht die Schleichheit und unser Hauptquartier Spaß einringlich. Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleichheit hinaus befördert. Das glaub ich nicht. Komm schon Rotom. Ja, Rotom macht Rotomsachen. Das heißt, knallt mal eben eine Fledermaus weg. Braves Rotom, wenn Rotom-Rotom-Sache macht. Jawoll, gleich mal Snape Out-Nachter-Runde, so gefällt mir das. Dann bleibt jetzt Rotom noch mal kurz ein paar Kämpfe vorne, um auf Level 42 zu schießen. Man fährt nur die Lagen gesendet, Pause. Ich kann nicht ruhig und wollte schleichen hindern. Tja. Dein Licht wird verblassen, von jetzt an leuchtet noch Team Galactic. Okay. Das kloppt aber auch nur der Rüfel. Wie Pokémon 2. Easi. Vor allem bei der Fledermaus Mut zu es zieht. Die klingt süß oder lauf, die Kappe, die haben nämlich alle ihren Mut-Nasenschutz vergessen. Der zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch Pflicht ist. Wie es bei Veröffentlichung aussieht, weiß ich noch nicht. Spannungs-Dunex anziehen! Ohne Sch stiffness! Heisse! Ohne Sch registriert da. Huh? Ach, mein loaded hat mich so versucht! Äh, verstehe ich nicht, wieso die Eile? Ich habe einen Termin bei eurem Boss. Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren, für Team Galactic! Ich werde eure Forschung nicht sabotieren, indem ich mich ein nach dem anderen ausschalte. Dachte ich zu mir. Ah, hat Schwebe. Spezialangriff steigt! Ja, nice! Ich bin schneller als ein Borikon? Krass. Und so hat Rotzorn sich erstmal Ruhepause verschafft. Ich nehme es gerade auf Level 42 gegangenes. Ich hatte keine Chancen, weil hier war nicht. So, und 2016 Geld. So, was haben wir hier denn? Aha, hier ist also die Saint-Valget-Licht geprägt. Und das gibt mein Kugel. Ich nehme eben auf die Prokenaustart von Bösenbügel. Das ist nicht der Kugel. Sind doch meine Kugel, der könnte sich dann gerät sein. Ich nehme den Bösenbügel. Erste mal, wenn wir mit ihr verwenden, erst mal kümeln, Und dann noch das Hauptquartier von dem Raiden. Top-Filliver, den kann ich brauchen. Aber bis zum nächsten Syrus-Kampf ungefähr wird Panfiano Pause haben. Und zwar der, der kommt. So, wir haben genau hier welche im Part werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.